guten tag hier ist der gusor wieder mitten im ja im boost ich schau mal was ich heute wieder für euch rausholen kann zu tricky leider leider mit der mittlerweile mit der konstellation ein bisschen zu hart der war einfach zu gut helden schlecht helden schlecht und ich meine 2,6 k ist echt nice ich guck gerade mal was er noch am upgrade hier hat er die magiatürme am upgrade die sind für mich aber eigentlich egal ich guck gerade mal wo er die aber ich würde gern von unten hier rein kommen town tesla hat er definitiv hier ich kann genug klären das passt auch 1 2 3 4 5 ich kliere jetzt mal wie gesagt zeitmäßig vollkommen egal mittlerweile wir haben unsere dreieinhalb minuten easy da kommt gar nicht die tesla wo ich so erwartet hätte okay auch nicht schlecht barbaren helfen schön der queen das ist natürlich sehr geil muss ich die jetzt schon rachen ich will es nicht zu krass aber genau ich habe einfach mal den finger on the button und jetzt können wir hier schön die queen reinlassen nichts ärgerlich also ist es halt so alle mama brecher wieder mal schön weg gespammt aber das hat noch was gebracht genau so jetzt wirklich hardcore aufpassen rage doch ich brauche den rage auf jeden fall alter ich brauche die nicht nur auf jeden fall ich brauche den richtig richtig hart ich brauche die nicht nur auf jeden fall schade dass er ins lx lager geht momentan klar jeder andere würde sagen was bist du bekloppt ist doch geil aber aua geil der eine expo ist leer haa bam alter directly in der face from the gegner richtig geil oh er hat mir grad richtig easy gemacht oh ja da freut sich der gueser auf jeden fall ah übel nice übel nice ich muss trotzdem aufpassen ich hätte sonst gerne draußen gecleared ist mir aber zu tricky wenn hier drinnen richtig der bär steppt habe ich absolut keinen bock drauf jetzt kann ich nicht mehr viel machen jetzt könnte ich draußen klären dass die mir halt nicht noch mal raus rennt wenn die halt sieht oh hier gibt es ja was zu naschen ihr wisst was ich meine ah jetzt ah der luftfeger der luftfeger bitte nicht bitte nicht mäuschen 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 ja das sieht gut aus das sieht gut aus das sieht sehr gut aus leute das war es was ich sehen wollte ganz klare geschichte ja hier die die der eine heiler kann jetzt gerne hier dauernd gehen das ist in ordnung so hier haben wir noch eine elixielager aber aber die queen jetzt bin ich jetzt bin ich echt positiv überrascht ganz ehrlich ich mit so einer krassen session hier hätte ich nicht geschätzt sage ich mal gerechnet und guckt mal wirklich die zeit wir hatten früher immer das problem mit der zeit und mittlerweile sitzen wir da und sagen uns hey komm wo kann sie noch hin auch könnte sie eventuell noch das achte lager hinkriegen gucken wir mal also richtig richtig soft so jetzt haben wir aber ein problem ich habe ein bisschen zu viel gequatscht passt aber auch noch die kriegen wir relativ schnell hoch geheilt also das läuft auf jeden fall wir haben ja ein boost drin also von daher ist das ok ich schneide gerade noch nebenbei dann das andere video passt also wie gesagt wieder loot genommen so gucken wir mal rein angriffslock oh ihr seht also hier nicht irgendwie gefakt oder sowas nein drei queen walks hintereinander klar im boost aber wie gesagt also wer jetzt erzählt queen walk geht nicht mehr ich zeige es euch anders auf jeden fall so ich haue hier noch ich haue gleich noch die mauer raus ja ich haue die mauer raus weil ich will jetzt nicht unbedingt warten bis ich wieder eine 10er mauer machen kann weil wenn ich wieder relativ weit oben bin dann mache ich erstmal wieder die mauern von 8 auf 9 wegen den pokies halt dass ich nicht von fetten gegnern angegriffen werde und wie gesagt dann sollte das hier auch laufen auf jeden fall so da bin ich wieder back in business da haben wir alter da haben wir ein single inferno der auf single gestellt ist so äh der würde der würde die richtig brutzeln aber ich will unbedingt die 2,8k haben ich muss vorher clearn ja aber das zum clearn fehlt mir alles irgendwie king queen bogeys zum rage äh bogeys zum rage ich erzähl schon eine scheiße hey so und jetzt wollen wir sehen wer hier die hosen an hat ich will gar nicht diese mauern durchbrechen ganz klare geschichte ich will ja logischerweise nur draußen hier auf jeden fall clear das weg genau ich hab den ja genau und damit hat der gegner nicht gerechnet damit hat er nicht gerechnet zack das wars fertig so oh ich hab verloren oh ja und so jetzt guck mal bitte was ich für diesen angriff verwendet habe klar der king ist weg ok gut passt aber so läuft alter ich komm hier richtig auf hochtouren alter ich glaub ich mach hier heute noch die 130k ja läuft auf jeden fall also wie gesagt der wird mit hundertprozentiger wahrscheinlichkeit wird der mindestens jeden mindestens jeden zweiten angriff damit richtig gut laufen mit dieser mit dieser verteidigungsstrategie dass der halt wirklich den inferno halt da hat und der auf single ist also wirklich wäre da die queen rauf gegangen ganz ehrlich die ist so extrem schnell down ganz klare kiste wir müssen uns den einfach nochmal geben wie gesagt hundertprozentig ist das für ihn eine safe nummer hier dass er sagt gut ok komm ich hole hier richtig schön pokies und die kriegen nie mein dunkles klar wenn man mit normalen truppen rangeht kriegt man es auch nicht weil guckt mal wir gucken uns das gleich an jetzt ist ja eh gerade die sache die dass die truppen so ein bisschen beziehungsweise die dev gebäude so ein bisschen durch den king abgelenkt sind und hier habe ich ja jetzt einfach wirklich die möglichkeit zu sagen gut ok komm aber jetzt fangen gleich die expos an richtig loszulegen wenn ich in den bereich gehe und dann wäre ich normalerweise da fängt der erste vierer expo an so und jetzt geraged und es läuft es läuft halt mega geil und dann weg fertig gar nicht groß riskiert sondern direkt rasiert so läuft es doch einwandfrei truppen gucken wir mal ja wie gesagt alex wird natürlich dann weniger wenn ich mehrmals hintereinander verliere klar aber stehen wir doch drüber und dann passt das so jetzt gucke ich mal was meine spells sagen ja läuft auch hier läuft auch oh ja gold und alex ist gerade richtig unten reicht mir das ja das reicht mir das passt das ist cool hauen wir raus 2 jetzt kriege ich hier richtig geile gegner 2 2 6 doch doch der ist gut weil die luftabwehr hier steht die nasche ich weg und die beiden luftabwehren sind zu weit weg wenn die heiler hier ungefähr sind können diese nicht erreichen ja dann mache ich den fertig ich muss aber ganz punktuell rangehen die muss direkt reinlaufen also auf jeden fall ganz direkt rein das heißt ich muss hier clean und das muss sitzen hier das äußere zeug auf jeden fall noch weg die zeit muss ich mir jetzt einfach nehmen dass ich halt wirklich sage gut okay das darf nicht schief gehen es ist tricky ist auf jeden fall richtig tricky und ich bin gespannt was wirklich schwierig wird ist garantiert der bereich den ich nicht so ganz unter kontrolle haben kann mit den mauerbrechern das wird eine schwierige kiste dass ich die nämlich genau droppe weil die werden garantiert nicht da rein laufen glaube ich nicht das wäre eine wunschvorstellung von mir und das passiert hundertprozentig nicht riesenbombe okay lache ich darüber passt so jetzt wird es interessant hat doch die gleich so und jetzt muss ich die wirklich im blick behalten im blick jetzt kommt die queen die gegnerische queen gleich reicht mir da die rage? ne da nehme ich die ability die hat da nämlich die ability und jetzt bitte 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 ah Mist aber okay wir könnten noch glück haben genau das ist ja genau zack ragen wir mal und jetzt bitte aufs dunkle bitte ich kann es nur hoffen ganz klare sache dass die jetzt nicht raus rennt ja nice nice junge wir haben another 2k dark elixir und das ist natürlich mega geil gar nicht langen fackeln zack weg und gut ist das tut natürlich richtig gut für den dunklen loot nicht der dunkle lord sehr geil ah ihr seht es wieder es ist halt wieder richtig action am start es macht richtig gaudi und ah bin ich echt gespannt jetzt muss ich natürlich ein bisschen warten la 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 ah wie mache ich das ich habe noch genug heiler genau ah wie viel mauerbrecher habe ich sechs sechs ja ja die bräuchte ich schon noch ne da muss ich so lange warten aber in der zwischenzeit könnte ich ja mal mein grüßchen hallöchen so jetzt kann ich boosten ja oh ich guck mal wie lange mein boost noch läuft oh nur noch drei minuten oh alter habe ich jetzt eine stunde lang richtig gas gegeben übel ne dann zeige ich euch den rest in der nächsten folge ich hoffe es hat euch gefallen klar jetzt waren natürlich wieder jede menge queenwalk folgen hintereinander bloß ich wollte euch das halt einfach wirklich in dem boost halt zeigen und jetzt gucken wir noch mal kurz drauf was ich in der zeit gemacht habe so wir haben hier angefangen so der war genau hier der war noch nicht im boost aber ok so hier 400 2 2 5 richtig ne blödsinn ich sag mal 2 ich bin mal gutmütig dann haben wir hier 4 dann haben wir hier 6 5 dann haben wir hier 8 7 naja 10 über über 10 11k 11k in einer stunde ist ganz nice würde ich sagen ist ganz nice ohne mir wirklich einen rauszubrechen nach dem update und da würde ich sagen echt war das eine coole nummer würde ich sagen auf jeden fall also queenwalk weiterhin machbar das war's von mir ja ich wünsche euch was ciao ciao 4 5 5 4 Vielen Dank.